Marco Reus hat sich Entscheidung für seine Verlängerung bei Borussia Dortmund nicht leicht gemacht. Das Thema hat mich über einen längeren Zeitraum beschäftigt, gab Reus im Interview mit BVB Total zu. Während der langen Verletzungspause nach dem Kreuzbandriss aus dem Pokalfinale 2017 habe ich dafür Zeit gehabt. Reus ergänzte, dieses Thema war mir wichtig, weil es um meine persönliche Zukunft ging, darum, wie es für mich weitergehen soll. Reus verlängerte den Vertrag bei seinem Heimatklub am Freitag bis Sommer 2023. Die Garantie auf Titel vermisst Reus beim BVB nicht. Wenn du es einfach haben willst, dann wechselst du zu Bayern München oder Manchester City, zum FC Barcelona oder Real Madrid, sagte der Nationalspieler. Ich war immer derjenige, der schwierige Herausforderung wählt. Umso emotionaler sind dann Erfolge, wie 2017 der Sieg im DFB-Pokalfinale. Das war Gänsehaut pur, damit der momentan schwächelnde BVB in Zukunft wieder konkurrenzfähiger wird, müssten sich einige Sachen verbessern, sagte Reus. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich will seinen Weg weitergehen und dazu beitragen, dass wir wieder dorthin kommen, wo wir mal waren, auch in der Champions League. Die Qualität dazu haben wir.